Liebe Facebook-Freunde, heute ist der zweite Adventsonntag und draußen schneit es, ein tief winterlicher zweiter Adventsonntag. Heute ist der 5. Dezember 2021, der Krampustag, der Krampusabend und morgen ist der Nikolaustag. Passend für die Adventszeit habe ich auch heuer wieder eine neue Weihnachtssidee herausgebracht und ein ganz neues Weihnachtslied mit dem Titel Auf Amol ist Weihnachtswohn. Dieses Weihnachtslied möchte ich euch heute vorstellen. Auf Amol ist Weihnachtswohn, das Christkind ist geboren. Abol liegt in der Krippen drin, im Wind und auf Strom und macht uns damit ganz hoh. Weihnachtswohn. 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 Das Christkind ist geboren. Am Himmel leiten Stern. Weihnachtswohn. 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 Auf Amor ist Weihnacht vor, das Christkind ist geboren. Amor liegt in der Krippen drin, in Windeln und auf Stroh. Maria und Josef, Box und Isen, wir bieten es froh. Weihnachten ist vor, Weihnachten ist vor, das Christkind ist geboren. Am Himmel leichten Stern, Weihnachten ist vor, Weihnachten ist vor. Das Christkind ist geboren, am Himmel leichten Stern. Sie waren dabei und dort ist er. Auf Amor ist Weihnacht vor, und Gold ist es nur. Aber er kommt wieder auf die Welt, das unsere Herzen erhellt. Seit 2000 Jahren wird es so weitererzählt. Weihnachten ist vor, Weihnachten ist vor. Das Christkind ist geboren, am Himmel leichten Stern. Weihnachten ist vor, Weihnachten ist vor. Weihnachten ist vor, Weihnachten ist vor. Das Christkind ist geboren, am Himmel leichten Stern. Sie waren dabei und dort ist er. Ja, liebe Facebook-Freunde, mein neues Weihnachtslied Auf einmal ist Weihnacht wohnen. Information für die Weihnachtszeit und für unsere nächsten Aufnahmen. Und wir haben einen Livestream am 18. Dezember 2021 mit dem Daniel Stroger, wieder bei mir hier aus dem AeroAction Rudi Studio in Czajoric, unter dem Titel Weihnachten mit dem AeroAction Rudi. Mit dabei ist auch wieder der Herbert Gutenbrunner. Und am 19. Dezember 2021, am 4. Advent, Sonntag, findet wieder der Maria-Waldes-Ruh-Laternen-Wandertag, also war die Wanderung statt, also die Maria-Waldes-Ruh-Laternen-Andacht mit Pfarrer Michael Jocham, am 19. Dezember 2021 Start und Beginn wieder hier bei mir, Berag Skisport Petermann in Czajoric, um 16.30 Uhr. Draußen schneit es und es wird eine tiefwinterliche Weihnachtszeit auf uns zukommen. Und es ist sehr winterlich geworden. Und ich wünsche allen Facebook-Freunden einen schönen Advent. Und wir haben eben diese Weihnachts-CD heute vorgestellt. Und diese Weihnachts-CD ist bei mir bei Rad-Ski-Sport Petermann in Czajoric zu erhalten, zu bekommen. Also, einen schönen Adventssonntag und heute noch am Abend. Vielleicht kommt noch der Nikolaus zu euch ins Haus oder er kommt morgen. Also, einen schönen Advent von Czajoric aus, von Ero Action Rudi.